Und herzlich willkommen zurück zu Wasteland 2. Wir sind immer noch im Rumprobieren, wie wir den jetzt am besten da runter kriegen. Immerhin schon mal ein Treffer. So, hier müssen wir mal gucken, ob wir irgendwie jetzt durchgerannt kommen oder so oder irgendwie vermöbelt kriegen. Wir müssen ja mal ein bisschen eine kleine Bishop vorsichtig sein, jetzt hier junge Mann. Oh, der Mungo bewegt sich, das ist nicht gut. Oh, der da oben nervt, ne? Das ist unglaublich. So, er kann auf jeden Fall... Wie weit kann er denn rennen, bitteschön? Das ist ja unglaublich, ey. So, wir haben noch mit dir, wa? Oh, ich hoffe, der kommt jetzt nicht an. Das könnte nämlich jetzt echt ungesund werden. Oh, ich komme mit. Okay. Da hat es Puff gemacht, übrigens. Was jetzt vielleicht nicht ganz praktisch ist. Wieso? Kann ich warten? Einfach? Ähm... Ich hoffe mal, dass es jetzt irgendwie geht. Das muss irgendwie machbar sein. Bei mir bitte ein großes anwenden. Ah, ich hoffe, der macht das jetzt echt, ey. Da hin. Siehst du mit dem ersten Hit schon wieder down, dann, ey. Oh, scheiße. So. Jetzt bist du fällig, Freund. Und gleich müssen wir sowas von zusammenflicken, ey. Oh, wei. Oh, wei. Oh, wei. 41 Prozent. Das mögen wir aber nicht. Gehen wir doch mal nach da. Guck mal. Da haben wir jetzt 93 Prozent. Und 93 ist viel mehr als das, was wir vorher hatten. Treffer. 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 Der Schroten Johannes kann wieder rennen wie die Sau. Das ist unglaublich. Ähm, er stellt sich mal einfach hier hin wahrscheinlich. Schade daneben. So, Bob. Ja. Schade aber auch, wa? Ladenhemmungen sind schon kack hier auch. Das sind ja auch nur 50 Prozent Wahrscheinlichkeit, ne. Das ist ja, muss man ja mal sagen, ist auch schon ganz schön wenig. Du willst doch wohl nicht weglaufen. Sauert aber auch. Ja, ich würde sagen, damit hat er verkackt. Wir können beenden, beenden. Beenden, denn er macht das jetzt. Hoffe ich mal ganz stark. Jawohl tut er hervorragend. Direkt erst mal speichern. Und zwar als festen Speicherstand. Nicht, dass ich mich jetzt außersehen irgendwie verdrücke. Gut. Das dürften einige Erfahrungspunkte sein. Und das ein oder andere Levelschirm war auch dabei jetzt. War jetzt nicht so gut, aber na ja. Wollen wir uns jetzt auch nicht beschweren. Eine davon, eine davon. Eine davon, eine davon. Die haben aber auch alle ganz schön gutes Zeug dabei. Schmutzige Granaten. Das ist doch was für dich, mein Freund. Versenkte Schnupftabak-Dose. Eine UC wäre auch mal eine Option für Sie hier. Als Zweitwaffe. Und natürlich für Sie, das ist auch mal eine Option. Das ist für ihn und das ist für ihn. Okay. Äh, wieso ist Pilz nackt? Pilz, wieso bist du nackt? Warum? 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 Du wachst doch mal an die Sachen, oder? Oder nicht? Vertue ich mich jetzt gerade total. So, Reparatur geht voran. Wir haben auch, ich glaube, ich gucke gleich mal ganz kurz im Inventar nach, wie viel wir denn noch haben. Geht sie aber als zweiter von der Uzi. Und, äh, sie halt auch einfach mal. Positionen dafür haben wir halt nicht wirklich. Äh. Ein bisschen verteilen hier gerade. Hätte wieder jede Menge Mist in der Tasche. Sturmgewehre, Scharfschützengewehre, schwere Maschinengewehre. Aber wir nutzen tun wir das ja jetzt hier gerade nicht, ne? Warum genau benutzen wir nicht diese hier? Macht da gar keinen Sinn. Kriegt ihr einmal das Kleine Zeug in die Tasche? Was hat sie denn? Benommen und Kopfschmerzen. Kann leider nicht entfernt werden. Das ist jetzt ein bisschen doof. Dann müssen wir jetzt halt hier noch ein bisschen, äh, sie erstmal Level absteigen lassen. Erstmal kurz durchfunken. Copy, Ranger Team. Ich bin gespannt. Eventuell haben wir jetzt so viel gelernt. Ne, wir wollten ja hier den Chirurg machen, oder? Oder die Handfeuer. Ich glaube, den Chirurg wollte auch noch ein Sanitäter. Punkte bestätigen, damit es ein bisschen mehr Heilung gibt. Und dann heilst du ihn jetzt auch mit dem Großen. 54, da geht noch mal ein Großes. 70 und ein paar kaputte. Wir haben es ja im Moment. Ich müsste halt nur gucken, dass ich jetzt hier würde, was ich zum Anziehen kriege. Weil irgendwie, wie ist es kleidungstechnisch gerade ein bisschen mau. Finde ich so. 250 Schuss auf einem Fleck ist ausreichend, würde ich sagen. Ja, da haben wir auch noch ausreichend. Das ist okay. Den ganzen Schmür können wir A verkaufen, oder... Joa, ich weiß es gerade nicht. Der kriegt aber die heilige Handgranate in die Hand. Joa, gucken wir nochmal. Hier haben wir da immer was zu essen. Eine Mexikanerjacke. Und eine Hose mit Eierbecher. Das passt ja auch richtig zum Pilz. Joa, sieht doch schick aus, würde ich sagen. Fast gar nicht bescheuert. Entschuldigung. Haben wir noch was für den Kopf? Sieht mir gerade nicht so aus. Aber wir haben noch dreimal erste Hilfe. Und dreimal, das ist falsch. Das ist falsch. Da muss es ja. So, da war hier. Erweiterte erste Hilfe Ausrüstung. Okay. Wieso hat der das ganze Zeug von der Pilz? Jetzt muss ich sagen, war ich doch gerade tatsächlich ein bisschen verwirrt. Erste Hilfe Set. Kleiner Verbandskasten. Erste Hilfe Päckchen. Okay, wir haben gar nicht mehr so viel. Wir müssen auf jeden Fall mal bald was kaufen. Das ist jetzt nicht mehr so viel. Tatsächlich niedrig dosierte, extra starke und Schmerztabletten. Okay. Gegengift lohnt sich irgendwie auch noch nicht so richtig. Bisschen Ordnung hier reinbringen gerade. Mal so. Erste Hilfe macht 27 bis 40. Das macht 74 bis 102. Und das ist das Zwischenstück dafür. Genau. Dann können wir hier die Tabletten rein tun. So. Haben wir ja ein bisschen mal. Hier mal, ne? So. Er hat, äh... Das können wir im Prinzip vernichten. Das brauchen wir nicht. Die Munition braucht auch nur eher, wenn überhaupt. Die Munition können sie haben. Okay. Das hier kriegt auch sie. Wird das ganze Zeug hier irgendwie durcheinander gewürfelt? Oder wird das hier los? So hier. Preparation G. Mir fehlt halt irgendwie mal noch so ein bisschen diese Medaille, die wir von der Troller gekriegt haben. Na ja. Nun gut. Hier haben wir jetzt so weit dann erstmal alles erledigt. Dann müssen wir jetzt... Können wir mal hier zu diesem... Können wir mal umgucken. Wo gibt's denn hier was zu plündern eigentlich? Bis jetzt sehe ich hier nicht besonders viel. Ich bin mir ein bisschen traurig macht tatsächlich. Ich bin mir ein bisschen davon ausgegangen, dass wir jetzt hier eigentlich mal so das ein oder andere Leckerchen finden. Aber dem ist wohl nicht so. Gehen wir mal hier mal weiter, nachdem wir gespeichert haben. Da wir jetzt gerade relativ viel Ordnung in das Ganze reingebracht haben. Und ich würde sagen, wir sind schon wieder am Ende angekommen. Deswegen danke ich fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Wasteland 2 wieder. Und bis dahin wünsche ich euch schöne Tage. Tschüss.